Die 2.37, verfolgt das Fahrzeug mit hohem Tempo auf Drift 2.1. Officer meldet nicht Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einzelt ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir brauchen eine Stopp-Leftverstärkung, aufhören. Kontakt mit 744. Direkter Treffer, das Thema des Razors ist weg, wird langsamer. Wir brauchen eine Stopp-Leftverstärkung. Wir brauchen eine Stopp-Leftverstärkung. Wir brauchen eine Stopp-Leftverstärkung. Wir brauchen eine Stopp-Leftverstärkung. Wir werden abgehen. Wir brauchen Hilfe, um die Verfolgung zu melden. Der Verdächtiger scheint sich von Verfolgern abzusetzen. Haben wir Einheiten, die helfen können? Zentrale, Lichtkontakt zu 1044 verloren. Bitte melden, um mich einzigartig zu verhindern. Wir brauchen Hilfe, um die Verfolgung zu verhindern. Um die Verfolgung zu verhindern.